ist euch freunde ja gestern habe ich ja es stört nicht ja absolut und deswegen probiere ich sollte noch mal und dann ich hoffe dass ich weiß dass sie es besser kann ja absolut ja 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 wir wissen es absolut ja logisch bin ich auf der richtigen spur ja genau aber sofort absolut naja wenn du meins na gut wenn du meins soll ich das jetzt einfach so leger sage und ob da feuer drin ist okay noch eine ja eine noch ich muss dem laster folgen ja mache ich ja gerade sagt die bohne los kommt na jetzt nur zeitverzögerung ja jetzt haben wir haben und jetzt haben wir ja ich bin gerade ganz schön zufrieden mit mir ich bin mehr ja ich sag doch ich kann es etwas besser ja als warte mal so liebe freunde aber ja es ist geil ich komme mir keule und haben wir den hier aber absolut ja ich wusste dass ich es besser kann aber dann so gut von 1 auf 6 ja absolut sondern morgen mal gucken hoffentlich kriegen ich hier ein paar ja wahrscheinlich sehr wahrscheinlich ja na ja tolle wurst gut weiter geht es ja ihr habt es gemerkt aber es ließ sich jetzt ja wie immer nicht vermeiden also weiter ja dann kommen wir noch ein paar verbrechen hier zwitschgen durch oder so erzählen 12 verbrechen bis dahin das schaffen wir da wohl noch oder an will nicht na gut dann nicht muss man auch wenn ich kurz davor bin dann kommen die verbrechen rein ja das wäre natürlich prickel ja absolut und jetzt geht es rund hoffe ich weiß keine ahnung wird jetzt kommt die liebt die die nun kommt schon das aufmachen oder wir machen das ja ja ich muss vor ihnen bei diesem fahrer sein gut ja wenn ihr diese energie nur in die auswahl eurer klamotten stecken würde wo sachen dahinten du machst gar nichts du halber vogel ihr wisst dass ich nicht vor euch hier weg gehe oder nein 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 halt warum ist die und der nächste bitte und zack die bohne ja oder später nein könnte der nächste tropf vielleicht was zu essen mitbringen ich krieg langsam hunger nein nein den da oben halt halt warte ich muss den nehmen noch ihren weg radieren jetzt sauber der mann ja ich riegel das gebiet ab aber absolut so jetzt haben wir hier ja das ganze zeug keine ahnung aber wenn wir es rausfinden hat er nichts mehr davon ne ja sauber ich habe mich über die situation informiert der herrschende diktator greift sein eigenes volk an silverselbe hat die rebellen im alleingang bewaffnet und schlägt zurück aber sie verliert klingt als könnte sie das zeug brauchen dass man hält ihr klaut das erklärt warum sie so wütend ist einfach ihr normaler zustand wütend ist hier normaler zustand ist ja nicht schlecht nicht schlecht aber kommen ja ich bin da so drauf gefixt hier ja ich bin dabei da bin ich jetzt und tschüss das glaubst du und ich nicht mein freund jetzt ja habe ich habe ich habe ich habe ich alles gut alles gut wo ist der nächste ist in der überzahl so mein freund nein nein ja ganz normal ja ein sehr langer tag einen haben wir schon mal einen haben wir schon so na kommt noch was nö so let's do it again so projekt olympus naja dann haben wir ja jetzt schon einiges von mitgekriegt aber dass ich ja dass ich immer hätte da mit auskleiden will warum wollt ihr schon gehen genau warum nein nein so dann gucken wir mal hier aber sowas von eilig haben die aber nicht mit uns ist nicht verstanden genau er euren freund wir haben sekunde mal ich muss nicht dann sind wir doch schon fast da haben wir ja eine einfache fahrt nach reichers ja jetzt sekündchen ja aber hier warum krieg ich die nicht geschlagen jetzt geht sie richtig jetzt bin ich mal gespannt ja absolut halt hier so der nächste genau überhaupt nicht nötig na ja 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 die gute halten den wagen nicht weiter ja ja auch nicht nicht aber scheiße Mann! Ich war gerade so schön dran. Yo! Jetzt läuft wieder alles schief. Ja. Na. Halt hier. Nein, nein. Auch nicht. Ja, 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 ja. Der gesamte Finanzwirtel. Ich bin gespannt, was Jamison dazu sagen wird. Ja, keine Ahnung. Oh, was ist denn da? Ach so. Das ist sie wieder mit ihren Scheiß. Hey. Halt hier geblieben. Ich muss mich hier konzentrieren, ey. Verstanden? Sie kommen. What the hell is going on here? Er modernisiert seine Geschäfte tatsächlich. Die Thronen sind in der Table her. Ich sollte ihr helfen, oder? Oh, oh, oh. Was, jetzt muss ich die Dinger abschießen? Mit R1? Na, ist ja hervorragend. Wie mit den Tauben eigentlich. Ja, aber dazu muss ich erstmal nagell noch ankommen. Halt. Ja. Ja, eine. Zack. Die nächste. Ja. Boah, das ist gar nicht einfach, ey. Sehr cool, fand ich. Nein. Jawoll. Aha. Ach du Schande. Ja, super. Da. Ende? Nein. Nein. Sauber. Oh. Jetzt ein LKW. Das bedeutet auch so farianisch. Jetzt so letten lassen. What? Die wird doch jetzt nicht auf mich. Doch, sie wird. Garantiert. Ja. Oh. 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 Ganz ruhig, ganz ruhig. Oh, Mann. Wenn ich rede, bin ich tot? Also tu, was du tun musst. Oh, oh. Hey, 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 hey. Hör mal. Wir wollen doch beide das Gleiche. Gemeinsam können wir ihn finden. Glaub mir. Absolutely. Okay. Wir arbeiten zusammen. Wie Partner. Im Leben nicht. Ja. Partner. Ja, so kann sie ihn besser finden. Wenn er was rauskriegt, kann sie direkt hin. Ja. Also, du meldest dich? Hm, bestimmt. Bestimmt meldet sie sich. Sie ist zu 77% kein Roboter. Sie weiß genau, wo du bist. Das ist das. Ah, Sekunde. Wo haben wir? Jetzt werden wir da. Ja, absolut. Achtung, alle Einheiten. Körperverletzung. Das klingt nicht gut. Ich sehe immer mal nach. Ja, sicher. Ach, herrlich. Mal ein bisschen durch die Bude schwingen bis dahin. Und vielleicht kriegen wir ja zwischendurch was angeboten. Ja. Oh, yeah. Durch diese Hohlegasse musst du kommen. Ja. Hey, Peter? Oh. Miles, hast du die Aufgaben fertig? Ja, ich weiß jetzt, warum das wichtig ist. Aber hör mal, diese Netschießer in deiner Tasche sind die für mich. Ja, aber erst wenn du bereit bist. Was wolltest du an meiner Tasche? Sie war offen. Ich konnte sie sehen und mir... Mir ist aufgefallen, dass die Düsengröße und Form mit deinen übereinstimmt. Ja, und? Nach dem Huxchengesetz besteht bei gleichen Faktoren ein linearer Zusammenhang zwischen Kraft und Dehnung. Aber wir beide sind nicht gleich. Wow, du hast recht. Schon ein paar Pfund beeinflussen die Dehnfestigkeit, den Netzflüssigkeitsverbrauch... Und anderes, aber ich hab schon alles berechnet. Wenn wir den Düsen-Durchmesser einfach um 0,7 Millimeter verringern, gleicht sich alles aus. Ich glaube, ich hab dich ganz offiziell unterschätzt. Das ist gut, oder? Du bist anscheinend mehr als bereit für die Praxis, sobald ich mit Hammerhead fertig bin. Ja! Kann ich in der Zwischenzeit schon mal mit den Hübschießern üben? Nein. Und wenn du nur das Haus verlässt, blase ich alles ab. Mann! Der coolste und spießigste Superheld aller Zeiten. Ja, ist halt so. Gucken wir mal, wie weit ich da komme. Ja! Weil jetzt ist mein Ziel natürlich, alle Anzüge zu kriegen auch. Das ist logisch. Das ist natürlich Klärchen. Meine Fans haben einen Troll gesucht, dessen Avatar echt wie ein Spider-Man-Anzug aussah. Ja. Ich muss die Typen wieder hinter Gitter bringen. Gut. Und? Und nun? Wird wohl Zeit, jemanden zu sperren. Nehmt das Bereich, mehr Premium-Inhalt aufzuladen. Ja! 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 Dann kommt mal einer hier hin. Nein, nein. Wumms! 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 Ne? Brauchst du nicht? Ja, dann ist ja gut. Wenn du keine brauchst. Können wir mal einer hier hin kommen? Alter, 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 alter. Das war's. Das war's. Wow! Wow! Na, erstmal, jetzt muss ich... Ey, wo bin ich denn hin? Alter, 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 alter. Ich bin mal her. Ja. Wir hatten, das war's. Dann haben wir noch ein paar paar ja ich versuche es ja jetzt wenigstens etwas ja sauber wo der nächste naja jetzt funktioniert ja einigermaßen nein also geht doch macht gar nicht hast dich nicht das ist nur ich ich bringe ja mich auch die ach man kommen wenigstens spektakulär naja super ein verbrecher will ich 1 40 naja ja gut dann ist das halt so dann habe ich nur zwei minus minus plus y so wie weit ist das bis zu dem hin 300 naja gucken wir mal ob wir zwischendurch nicht irgendwelche ja heute sie weiß nicht läuft einfach nicht gut und soll es wird aber noch vom uni ein nicht gut dann ist der jay 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 ja nicht es war so schlimm dass ihr moderator einen wichtigen zahnarzttermin verpasst hat wie viele menschen haben noch zahnarzttermine verpasst dutzende hunderte tausende und das lässt natürlich einen schluss zu verursacht zahnschäden naja wenn du meinst du dich zahnschäden für ursache dann hast du aber ein miserables gebiss also freunde wir machen die erst mal ein karton dann sehen wir uns nein moment ja na sauber ab dafür ja logisch ganz nein die sind nicht kaputt sie sind noch nicht mehr zu gebrauchen aber ja 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 und tschüss jemand runde schwimmen nein nein da bombadabumm naja hat er so oder so schon das macht überhaupt nichts so jetzt machen wir ich habe mancato